1, 2, 3, 4 Grenzen schließen, auch Flüchtlinge schießen Jedem Bürger eine Knarre fährt das Ball an der Karre Dunkelhäutige kontrollieren Mit Rechten auf der Demo mitmarschieren Bürgerwehr gründen, Flüchtlinge entzünden Das Grundgesetz fleddern, Akten schreddern Für die Sicherheit mit V-Meinern Nazis finanzieren Sicherheit, den Verfassungsschutz nicht zu kontrollieren Nationale Sicherheit, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren Dies alles geschieht zu ihrer Sicherheit Bitte treten Sie zurück, bitte weichen Sie ein Stück Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit Fahrradwege mit Farbe markieren Gibt Sicherheit, die Autolobby im Gesetz insitieren Heißt Sicherheit, Daten im Netz auf Vorrat speichern Zur Sicherheit, Tierfutter mit Antibiotika anreichern Bringt Sicherheit, Pestizide versprühen, überdüngen Reichsicherheit, im finsteren Walde lautstark singen Gebt Sicherheit, Lebensmittel mehrfach laminieren Zur Sicherheit, auf fallende Kurse spekulieren Sicherheit, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren Dies alles geschieht zu ihrer Sicherheit Bitte treten Sie zurück, bitte weichen Sie ein Stück Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit Kein Geld für Banales wie Umwelt und Soziales Aber immer Geld genug für Sicherheit Die Gesetze in der Mache eine todsichere Sache Die CDU, das steht für Sicherheit Überwachungsprogramme initiieren Sicherheit, Sicherheit Staatsverbrechen als geheim deklarieren Sicherheit, Sicherheit Whistleblower inhaftieren Für die Sicherheit Bei der Bundeswehr im Gleichschritt mitmarschieren Richter einhängen, Quarantäne verhängen Zur Sicherheit, Sicherheit Biometrische Daten im Nacktscanner braten Bringt Sicherheit Polizei und Bundeswehr gut vernetzen Sicherheit Und dann zusammen im Inneren einsetzen Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren Dies alles geschieht zu ihrer Sicherheit Bitte treten Sie zurück, bitte weichen Sie ein Stück Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit Dieser Raum ist sicher, dieses Volk ist sicher Staatsziel Nummer 1, sie ist Sicherheit Geld spielt keine Rolle, wir behalten die Kontrolle Natürlich nur zu ihrer Sicherheit Ausnahmezustand, Ausgangsperre Kapitalanlagen, gepanzerte Wagen In Immobilien investieren, Kameras installieren Stacheldrahtzäune und Panikräume Bargeld abschaffen, Export von Waffen Manöver abhalten, die Krise verballten Drohnenmorde, Atomraketen Die Gefährdung alles Lebens auf dem Planeten Die Gefährdung alles auf dem Planeten Die Gefährdung alles im Handel Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, dies alles geschieht zu ihrer Sicherheit Bitte treten Sie zurück, bitte weichen Sie ein Stück, aus Gründen der allgemeinen Sicherheit Für Börsenspekulanten, Investoren und Banken garantieren wir die Sicherheit Sie können auf uns zählen, uns vertrauen, uns wählen, wir tun alles für Ihre Sicherheit Durch uns, mit uns Durch uns, mit uns Durch uns, mit uns, mit uns Durch uns, mit uns, mit uns, mit uns